Wie funktioniert eine Website? Dank der Erfindung des Internets, der Idee Computer mit Kabeln über lange Strecken kommunizieren zu lassen, kann man Informationen weltweit teilen. Man gestattet unter einer bestimmten Adresse anderen Computern Zugang zu einem bestimmten Bereich, hier als Ordner dargestellt. Eine Website besteht grundsätzlich aus Textdateien, die in einer bestimmten Weise geschrieben sind. Für komplexere Seiten gibt es noch eine Datenbank, eine Tabelle vergleichbar mit einer Excel-Tabelle, in der Computer Datensätze schreiben und lesen können. Um besser zu verstehen, gehen wir das mal Schritt für Schritt durch. Das sind wir. Wir wollen gern eine Website erstellen, damit andere sehen können, was wir anbieten. Zuerst schreiben wir eine HTML-Datei. Die HTML-Datei ist eine normale Textdatei, in der man in der Programmiersprache HTML den Aufbau und den Seiteninhalt beschreibt. Die verschiedenen Dateiendungen sind eine Notiz an den Browser, der die Textdateien später liest und uns auf dem Bildschirm als Website darstellt. Anhand dieser Bezeichnung weiß der Browser, in welcher Sprache die Datei geschrieben wurde und wie er sie interpretieren soll. Gibt man dem Browser nur die HTML-Datei zu interpretieren, sieht die Website ziemlich hässlich aus. Sie ist praktisch das Skelett der Seite. In einer weiteren Datei, der CSS-Datei, wird das Aussehen der Seite in einer anderen Sprache programmiert. Beide Sprachen haben aber Übereinstimmung und greifen ineinander. Die CSS-Datei bestimmt nur die äußere Hülle, also den Look der Seite. Und erst beide Dateien zusammen ergeben eine komplette Website. Für eine einfache statische Website braucht man nur diese beiden Textdateien. Damit das Internet allen zugänglich ist, kann man diese Textdateien in jedem Editor bearbeiten. Alle Browser können diese Textdateien lesen und nach festgelegten Standards grafisch anzeigen. Damit unsere Seite weltweit erreichbar ist, brauchen wir einen Computer, der mit dem Internet verbunden ist und stets läuft. Einen Server. Der Server ist ein Computer, der so eingestellt ist, dass er auf Anfrage unsere Textdateien zum Download anbietet. Jeder Computer, der ans Internet angeschlossen ist, erhält vom jeweiligen Provider eine IP-Adresse. Eine eindeutige Kennung, unter der man ihn erreichen kann. So können wir uns mit dem Server verbinden und Daten hoch- oder runterladen. Damit andere unsere Seite besuchen können, müssen wir eine Domain bieten und sie beim zuständigen Registrar zusammen mit der IP-Adresse unseres Servers eintragen lassen. Für .de-Domains ist die DNIC zuständig. Eine Liste dieser Registrierung wird auf öffentlich zugänglichen DNS-Servern bereitgestellt, damit Computer anhand der Domain die entsprechende IP-Adresse finden, um Websites herunterladen zu können. Wenn jemand auf unsere Seite zugreifen will, dann gibt er unseren Domain-Namen in seine Browserzeile ein. Daraufhin verbindet sich sein Computer mit dem nächstgelegenen DNS-Server und fragt, welche IP-Adresse Beispiel.de hat. In seiner Liste guckt der DNS-Server unter dem eindeutigen Namen der Website Beispiel.de nach und findet die IP-Adresse unseres Servers. Damit kann sich der andere Computer mit unserem Server verbinden, die Textdateien herunterladen und als Website anzeigen. Diese Erläuterung war stark vereinfacht und ist nicht vollständig. Sie dient als alltagstaugliche Orientierungshilfe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017